Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren düsteren und gestörten Folge hier bei Batman Arkham Knight. Wir machen nämlich weiter mit der Story, äh nicht mit der Story, sondern mit der Neemission. Und vor uns steht eine weitere Todesleiche und die werden wir erstmal untersuchen. Alfred, ich habe ein fünftes Opfer gefunden. Das hatte ich befürchtet. Okay, die Spielregeln kennen wir. Mal schauen, was er hier hat. Diese spezielle Art von Pigmentveränderung der Haut weist auf eine chemische Verbrennung hin. Vermutlich eine Substanz auf Chlorbasis. Was ist das? Nach einer Tracheal-OP zur Beseitigung eines Krebsgeschwürs wurde dem Opfer eine Stimmprothese eingesetzt. Das Opfer hatte einen seltenen genetischen Defekt. Sechs Finger an einer Hand. Alfred, der Name des Opfers ist Alison Wears. Sie war Ingenieurin für Ace Chemicals. Das erklärt auch viele ihrer Krankheiten. Vor ein paar Jahren zog sie dann in ein Altersheim in Bloodhaven. Direkt neben dem Heim befindet sich ein großer Park. Stimmen die Details dieses Falles mit den anderen überein? Das tun sie, Sir. Zudem hat der Abgleich der Parks und Sportplätze Ergebnisse zutage gefördert. Ich habe einige Mietdokumente entdeckt, die offenbar gefälscht wurden. Niemand versucht, seine Spuren zu verdecken. Finde heraus, was du kannst, Alfred. Wir konnten diese Morde nicht verhindern, doch der Mörder wird nicht aufhören. Andere können wir noch retten. Okay, nur noch eine Leiche. Und dann haben wir diesen Mistkerl. Und das Krasseste, ich weiß ja eigentlich schon, wo die nächste Leiche ist. Die haben wir schon mal irgendwo gesehen. Aber erst machen wir hier eine Verfolgungsjagd. So, mein Freund, ich krieg dich. Oh, oh, vorsichtig. Einer ist schon mal weg. Der zweite ist weg. Und der letzte ist weg. Jetzt nur noch dieses große Panzer. Wie was? Da ist noch einer? Na schön, mein Freund. Nur noch du und ich. Verstärkung am Boden. Echt jetzt, da ist noch einer. Aber egal, wir haben ihn gleich. Jawoll. Sehr schön, nur noch zwei. Okay. So, mal schauen. Wir können jetzt eigentlich weiter mit Firefly machen. Der war ja auch schon in der Nähe. Ja, und diesmal werden wir ihn endgültig schnappen. Das heißt, nur noch ein beschissenes Rennfahren mit ihm. Und dann haben wir ihn. Ich glaube, ich habe eine Bombe auf der Straße gesehen. Da ist es. Und dann soll, dass wir es noch konnten. Die Stromversorgung zur Feuerlöschanlage. Oh nein. Wirst du immer noch mit dem Feuerlöschanlage? Es ist vorbei, Firefly. Niemals. Gott, der wird brennen und du mit ihm. Oh nein. Diesmal nicht, mein Freund. Ich krieg dich, mein Freund. Du kannst diesmal nicht entkommen. Vergiss es. Das lasse ich nicht zu. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe immer die Sorge, er kann entkommen. Aber nee, diesmal nicht. Du weißt aber schon, dass ich dich gleich kriege. Oh doch, mein Freund. Hab ich dich. Das war's für dich, mein Freund. Sperrt ihn weg. Batman, hoch mit dir, Lins. Ich versalte Kaffee abbereiten. Wir alle. Den wollte ich schon eine ganze Weile in meiner Sämmerung aufnehmen. Mach weiter so da draußen, Batman. Ah, starke Verbrennungen. Schartige, ledrige Haut. Der hübsche, wachsartige Schein. Müsste ich wählen. Verbrennungen wären mein liebstes Narbengewebe. Naja, Verbrennungen und seelische Narben. Nicht wahr, Blusi? Naja, ich weiß es nicht, Joker. Aber wenigstens haben wir jetzt eine weitere komplette Neemission komplett abgeschlossen. Okay, ich würde auch vorschlagen, wir machen mal weiter mit den Identitätsmördern. Also mit diesem, das perfekte Verbrechen. Weil es fehlt ja uns noch eine Leiche. Und die haben wir schon damals gesehen. Nur das Problem war, dort waren ja überall Panzer. Und ich konnte nicht sicher landen. Deswegen können wir die jetzt auch machen. Er entführt Menschen und verstümmelt ihre Leichen. Ich muss diesen Killer finden, Alfred. Seine Vorliebe für die Oper könnte eine Spur sein. Ja, das wissen wir schon, Alfred. Das ist schon bekannt. Das war ja auch direkt hier irgendwo in der Nähe. Das weiß ich noch ganz genau. Ich meine, das war irgendwo hier. Ja, ich höre die Musik. Da ist die Leiche. Wunderbar. Alfred, ich habe eine weitere Leiche gefunden. Sechs Opfer, Master Bruce. Wann wird dieser Albtraum enden? Ich hoffe gleich, Alfred. Ich hoffe gleich. Okay, was werden wir hier diesmal finden? Oh? Ah, Moment mal. Was ist das denn? Diese Wunde ist relativ frisch. Und wurde zugefügt, als das Opfer noch lebte. Die Abschürfungen auf den Hautschichten belegen, dass ein Tattoo brutal entfernt wurde. Diese Narbe deutet darauf hin, dass dem Opfer eine Niere operativ entfernt wurde. Eine Platte aus Tantal, eingesetzt, um einen Schädelbruch zu behandeln. Die Verletzung stammt wohl aus einem Boxkampf. Auch die Schwielen auf den Knöcheln lassen darauf schließen, dass es sich um eine professionelle Boxerin handelt. Alfred, das Opfer heißt Ella Montgomery. Es scheint, sie hat ihre Niere einer Zwillingsschwester gespendet, die leider verstarb. Danach verfolgte sie ihre Karriere als Boxerin, wobei sie sich die Schädelverletzung zuzog. Sie verschwand in Huntsville alle warmer. Vergleiche den Park mit den anderen und überprüfe, ob er passt. Das tut sie in der Tat, Sir. Ich lasse Ihnen die Informationen zukommen. Der Zirkus des Bizarren. Auf seiner Route lagen alle Orte, an denen Opfer verschwunden sind. Erstell eine Liste mit allen zugehörigen Namen. Der Zirkus gehört einem recht verdächtigen Gesellen namens Leslo Valentin. Suche nach Immobilien, die der Verdächtige gekauft oder gemietet hat. Laut den Unterlagen hatte Mr. Valentin früher einen Schönheitssalon in Gotham. Sein Vertrag lief aus, kurz bevor der Bau des Wayne International Plaza begann. Übertrage den Standort. Zeit, dem ein Ende zu setzen. Alles klar, wir haben ihn. Okay. Na, wo ist denn mein Badmobil? Wer wusste denn mein Auto? Ah, da bist du. Was ist denn mein Auto? So, mein Freund, ich krieg dich. Ja, komm her. Ich will dich fürhören. Hast du etwas zu sagen, mein Freund? Riddler, sag mir alles. Leck mich! Versuchen wir das nochmal. Okay, okay. Ich rede. Sehr schön. Na gut, dann nichts wie hin. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Hier haben wir noch eine Bombe, aber die werde ich noch nicht machen. Hier ist es. Und ich glaube, das war auch ein Rätsel. Oder auch nicht. Okay. Dann gehen wir mal rein. Ich höre schon mal die Opermusik. Also, das heißt auch, wir sind definitiv richtig. Okay, wo muss man jetzt hin? Also, hier können wir nicht weiter. Also, hier können wir nicht weiter. Ah, okay. Ich höre ihn schon. da ist er. Okay. Okay. gruselig. Also, die Opermusik ist sehr entspannt. Aber dieser Mistkerl, der anscheinend Pick heißt, ist creepy. Das war's, Valentin. Lass sie gehen. Nein, 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 nein. Pick, noch nicht fertig. Sie ist einzigartig und falsch. Völlig durcheinander und verdreht. Pick macht sie besser. Pick macht uns alle besser. Es ist aus. Aber Pick hilft dir auch. Macht dich perfekt wie die anderen. Du bist krank. Und was bist du? Ich bin hier, um dich aufzuhalten. Schlecht. 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 Pick ist wie Schlamm. Pick ist wie Gott. Pick ist hier zum Reparieren. Genau, mein Liebling. Zeig ihm, wie perfekt. Oh Gott, Kumpel. Ich will dir nichts antun, aber du lässt mir keine andere Wahl. Alter, wo ist er denn? Ach, da bist du. Hey, ich komme jetzt zu dir. Oh Gott, erhebe dich, mein Schatz. Er hat keine Macht über dich. Es ist, als wären sie immun gegen Schmerzen. Ich sollte dafür sorgen, dass sie liegen bleiben. Okay. Na, komm her, Kumpel. Das war's für dich. Oh. Na, kommt her. Schön nach dem anderen. Das war's für dich. Nein, danke. Du brauchst mich nicht reparieren. Hier, für dich. Ey, verdammter kleiner Mistkerl. Lass mich los. Oh Gott. Das war's. Darf. Okay. Stop it! Nein, 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 weg damit. Von wie viel hat er denn da, bitteschön? So, mein Freund, jetzt bist du dran. In your face. Tja, das war's für dich. Das Ende eines Meisterstücks. Dann, bitte. Sehr schön, die Geistern sind dann befreit. Okay, dann nehm ich dich mal, Kumpel. Okay, dann nehm ich dich mal. Ich bringe dich an einen Ort, wo du niemandem mehr etwas zu leiden tun kannst. Ich tu niemandem weh. Ich heilt. Ich lebt. Diese Menschen erleiden ein Schicksal viel schlimmer als der Tod. Nicht tot. Glück macht das Leben lebenswert. Und die, die du getötet hast? Zu kaputt. Als das Pik sie reparieren kann. Zu fehlerhaft. Es waren die Dinge, die du nicht ändern konntest, an denen ich die Leichen identifiziert habe. So habe ich dich gefunden. Deshalb hast du gesagt. Raus mit dir, Valentin. Nein, wie spielst du mich ein? Nun, da wird das nicht gewonnen. Ja? Nicht gut genug. Nicht gut genug. So hart hat, als du mich aufhielst. Ich fühle es besser. So viel besser. Es hätte danach weg werden können. Die alte Schweinebacke. Totaler Spinner. Er ist zu gut für diesen Ort. Keine Sorge. Du bist der Erste, den ich freilasse. Okay. Das heißt, wir haben auch Professor Schweintje-Pickchen verhaftet. Und sitzt jetzt auch nun hinter Gittern. Sehr schön. Eine weitere Nehmission komplett abgeschlossen. Ich will mal schauen, wie das aussieht. Ja. Wir haben jetzt noch zwei von diesen Panzerfahrzeugen. Oh, natürlich mit dem Pinguin. Aber es könnte noch ein bisschen dauern. Nun gut, Leute. In der nächsten Folge machen wir dann weiter mit dem Pinguin. Und dann auch mit diesem Panzerfahrzeug. Vielleicht schaffen wir es auch dann mit diesem Panzerfahrzeug die komplette Nehmission zu beenden. Wer weiß, das erfahren wir dann wirklich erst in der nächsten Folge. Und das war es dann auch wirklich jetzt mit dieser Folge. Leute, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like da. Oder schreibt doch wenigstens einen netten, super, duper geilen Kommentar. Das würde mich wirklich tierisch freuen. Und ich sage nur noch, danke fürs Zuschauen. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wir sehen uns heute das Ganze erst in der nächsten Folge hier bei Batman Arkham Knight. Mach's gut, bis bald und halt rein. Tschüss.